Ein wunderschönes Hallo und Willkommen bei Wolfenstein The New Order Und beim letzten Part bin ich erst am Schluss gestorben Wo ich, ja, etwas ärgerlich war Weil ich den Part schließen wollte und dann aber gestorben bin Die bösen Nazis haben mir eine Granate vor die Füße geworfen Und ich bin in 10.000 Stückes verflogen Diese bösen Buben Das mach ich einfach mal hier schön auf Rambo Hier, komm man hier Also das Spiel sieht wirklich sehr gut aus, finde ich Und Wolfenstein ist immer so eine Serie Da freut mich, also da freu ich mich immer sehr drauf Aber ich spiele lieber die Richtige, also wo die Hackenkreuze mit bei sind Das hat noch ein bisschen mehr Feeling, finde ich Aber, naja, man soll ja nicht so viel rummeckern Das geht auch hier Ja, schade ist es schon, dass wir immer alles kürzen müssen und rausschneiden müssen WTF Naja, irgendwann mal wird alles, äh, uncut sein, denke ich mal Was soll das hier Achtung Was Bauhischischi, was Auge Patronengebiet Ah, Patrouillengebiet Patronengebiet Moin die Frösche Moin die Frösche Und ich denke mal Dass ich richtig bin Anschleichen und Messern Oh Das ist Das ist sehr fies Und ich hab'n Schon wieder Erfolg Oh Mann Naja, Mitleid darf man mit Nazis eigentlich nicht haben Dieser Bösen Oh, jetzt haben wir so eine schöne, äh, deutsche Äh, Pistole gekriegt So, ähm Was haben wir denn hier noch Einen Helm Noch ein Helm Ah, Gesundheit Ja, wenn man schon 100 hat und wieder einsammelt, ist ein bisschen doof Weil es ja wieder runter geht Achtung Blitze Schutzausrüstung tragen Oh Das ging Schnell Was haben wir denn da Schalte Kommandanten aus Welche Kommandanten Auf jeden Fall Muss der tot sein Ich hab' ihm eiskalten Kopfschuss gegeben Wie 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 hat sein Kopf verloren Widerlich Tote verlieren keine Köpfe Und ich weiß schon wieder nicht Wohin Auf jeden Fall immer alles schön aufsammeln Kann nie schaden Ähm MMM Ich weiß gar nicht, ob wir hier richtig sind Sind wir Was ist das hier Bombe benötigt Bombe benötigt Wo ist hier ne verfickte Bombe Wodafuck Hinweis Bereich wird überwacht Sieht aber nicht so aus So ich bin da Und da muss ich hin Wodafuck Zurück ist noch Oben Fragezeichen Gibt's hier äh Einen kleinen Nebenquest Für die Mission Naja ich kann ja nochmal gucken Hier Ne Boah das ist ja der ganz hinten Nö Keine Lust Obwohl Scheiße Ich will Wenn denn schon richtig Ich will's ja richtig machen Ach Zurück Okay Öfters bisschen auf der Karte gucken Um diese Hinweise Zu beachten Wär's schade Wenn man irgendwas verpasst What the fuck man Wieso Ach ja Mhmm Musik was hab ich denn da vergessen ach so so ich müsste eigentlich bald da sein ja denn nach rechts aber ja nach rechts mal gucken habe ich denn hier was vergessen gehabt doch alles eingesammelt jetzt muss ich wieder zurück es war eine karte aktualisierung oder so gut jetzt muss ich aber da entlang gut ist dass dass sie alle tote bleiben und keine mehr nachs bohren hoffe ich mal sieht bisher so aus die karte hat hier so ein bisschen feeling wie von von black ops 1 die letzte zombie karte da sind auch so eine riesen dinger um ihr land hat so ein bisschen feeling davon weiß gar nicht mehr wie die karte hieß für den zombie modus die 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 wir sind jetzt anmelden hey wie für die armee bin ich hier richtig ich sehe tote nazis so jetzt muss ich aber ja da ist ein ausrufezeichen aber ich kann noch nichts machen so jetzt muss ich da entlang ja da läuft ja der kommandant sehe ich aber nicht ich habe keine ahnung ob ich den ausgeschalten habe what the fuck ich habe ihn ich glaube der hat den fucking alarm ausgelöst wo muss ich denn jetzt hin okay das sah wie eine bombe aus kann ich ja gleich mal zurücklaufen und gucken ob das richtig war aber die steuerung geht auch sehr flott von der hand gefällt mir auch wo 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 gut was da für sprengstoff drin liegt ja hallo so eine kleine explosion da gab es doch noch mehr jetzt habe ich da ein loch in gesprengt und ich habe hier trotzdem noch was auf der karte das muss man wohl nicht alles machen so was gibt es denn hier klopp klopp eh vielleicht hätte ich die bombe auch da anbringen können zwei wege möglich warum auch nicht dann gehen wir halt in den untergrund für die xbox one kommt ja auch und für die playstation 4 glaube ich auch die neue flage von den beiden metro spielen da freue ich mich auch extrem drauf metro lässt leid habe ich auch äh geletzt played mit allen addons und für die xbox one werde ich denke ich mal auch nochmal die metro dinger machen aber da muss ich erst mal schauen weil die kommen ja erst noch und außerdem habe ich ja genug projekte und der fack von musik ach da bin ich hier über bin ich auch ja hier bin ich richtig was hey du böse nazi du hey du böse nazi du hey du böse nazi du hey da wo bin ich hier überall das ist ja so verf... oh hey hey oh mann du kannst hier durchrennen einfach alle messern what the fack hey du hey bleib mal stehen mann hier guck mal oh 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 man kann mit die äh katze und maus spielen oh oh der pisser löst immer alarm aus ich denk mal umso länger der lebt äh komm äh nachschub what the what the what the fuck man hä stirb doch mal endgültig hier eh du bist so bescheuert nazis abstechen hey du da guck mal schlingt man die nur bewusstlos oder oder leben die noch iiii er blutet was blutet kann sterben und kann getötet werden was eigentlich alles dasselbe ist so ich hab mal wieder keine ahnung wohin die karte ist eigentlich auch für den arsch da überall zeichen und fragezeichen und ausrufe zeichen alter das spiel gefällt mir immer besser schade ist nur dass es kein multiplayer gibt den habe ich im vorgänger eigentlich gerne gespielt obwohl er ziemlich komisch manchmal war die musik eigentlich hier oben lang bin mir da gar nicht so sicher habe ich euch wehgetan ihr bösen nazis ich bin ich bin tot jetzt haben die bösen nazis mir wehgetan ach ja wie oft bin ich jetzt bitte schon gestorben acht mal neun mal und das ist der zweite part wer weiß was dafür ist kranker psycho bosse komm ich und meine knarre und was bist du denn okay ich muss mich konzentrieren du standest da an der seite und hast mir böse wege da du sau man kann auch sachen zerlegen cool bis auf das stahl gerüppel muss ich hier lang könnt wenn ich verlaufen mich hier schon wieder what the fuck rüstung ist auch immer gut hauptstadt mädels jawohl ja wo muss ich denn hin ich nehme mal diese kanon wie konnte man eigentlich kanonen wechseln wie war das habe ich von alter wird ab ich bin fall die große lässt man leider fallen eigentlich schade man kann immer doppelt oder einzeln oder eine fette knarre mitnehmen okay was gibt es denn hier immer ein bisschen umschauen weil es gibt ja wieder massig zeug zum sammeln okay ich weiß nicht ob ich hier richtig bin gibt mir die wo die wo die fack 90 schuss habe ich noch sehe ich aber so richtig oh er hat seinen arm verloren okay sie zerfliegen doch ich wollte schon sagen sie ist ja fliegen gar nicht ist aber nicht nett ich verstehe schon jetzt muss ich mit dem ding diesen riesen vierbeiner vernichten muss ich auf dich schießen du siehst sehr merkwürdig aus wenn ich das mal erwähnen dürfte und es will auf mich schießen das finde ich nicht gut gleich kommt weil nicht nicht der tod oder auch nicht du bist kaputt so was hat er gesagt ich habe keine ahnung wo wo ich hin muss sag mir doch was oh mein gott nach der karte kann man sich überhaupt nicht richten auf jeden fall habe ich dieses blöde vier ding da kaputt gemacht hier ist die tür aufgehören hier sind viele türen aufgegangen was haben wir denn hier staatsoberhaupt möchte den frieden ah ja ich glaube nicht dass adolf hitler frieden will what the fuck und jetzt äh okay muss ich nicht verstehen da böse leute da drüben Gott, in der Lüge. Oh Mann. Oh. Oskars Brief gefunden. Okay, Oskar. Jetzt habe ich deinen Brief gefunden. Nazis lassen sich ziemlich schnell töten. Aua. Aber ich bin auch sehr leicht zu töten. Habe ich eigentlich... Habe ich eigentlich... What the fuck? Ich hatte gedacht, ich habe eine Granate. Alter Schwede. Das Spiel haut mich ja schon oben hier. So oft bin ich noch nie gestorben. Und das ist nur der mittlere, also der... Der, ich glaube, ähm, drei... Boah, ich möchte... Ich weiß jetzt gar nicht. Waren das sechs Schwierigkeitsgrade oder sieben? Auf jeden Fall habe ich die Mitte genommen. Und das geht noch eine ganze Ecke nach oben. What the fuck, Mann? Halt doch mal, die Schnauze sind da, Mann. What the fuck? Nicht mit mir. Ich habe aber auch keine Granaten. What the fuck? What the fuck? Alter. Die sind nicht schlecht, die Jungs. Man muss mal langsam vorgehen. Ich war mir eigentlich nicht sicher, dass ich seinen komischen Kopf getroffen habe. What the... What the fuck? Warum... Warum kann ich die nicht abnehmen? Ich, ich... Oh, ah. Oh, ah. Hm. Ach, der schon wieder. Ich habe dich doch schon mal getötet. Oh, Mann. Oh, Mann. Wir gehen auf Nazi-Jagd. Ach, böse Nazi hauen wir weg. Auf jeden Fall bin ich noch ein Plus. Ich habe sie öfter getötet als sie mich. Okay. Hier müssen wir rein. Bevor wir da reingehen, mache ich diesen Part Schluss und im nächsten Part gehen wir weiter auf Nazi-Jagd und schauen mal, was noch so kommt. Jo Leute, haut da rein, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao!